Mitgliedsstaat. Mitgliedsstaat. Vertragsrecht. Vertragsrecht. Man finde. Krieg. Unterdrückung. Folter vielleicht? Ich möchte, dass du seinen Fall übernimmst. Auch ich. Tschüss. Das ist mein Vater. Du hast ihn nichts vorher gesehen. Ich fühle mich. Wie soll ich Eberl-Mensch sagen, dass er das nicht versteht? Wie soll ich mich sehen? Wir wollen beide. Alles oder nichts. Ich fühle den Fall des afrikanischen Dichters. Du hast doch abgelehnt. A Niemcy? Akzeptują Cię? Nie mogą mich ignorować. To Ci wystarczy? Zahub! Spierdane! Du musst Gott überhaupt hinteråten Danny gehen. Wie ist er dieser Stadt? Bist du hier geboren? Nein, in Polen. Eine Pole? Ich hätte es nie gedacht.